Hallo, liebe Flo-Freunde, ich grüße dich auch aus Deutschland und Österreich. Warum ich dieses Video auf Hochdeutsch aufnehme, ihr habt mir ganz viele E-Mails auch aus Deutschland und Österreich geschrieben auf das letzte Video mit Marco Riemer. Und ja, ich wollte mich einfach bei allen bedanken für alle Kommentare, alle Feedbacks per E-Mail oder unter dem Video und alle Likes und alle neuen Abonnentinnen und Abonnenten. Ja, ich habe ja vor längerer Zeit oder im letzten Review versprochen, dass ich mal ein Video zu verschiedenen Tools aufnehme, die ich zum Beispiel nutze für mein Unternehmen. Und ich wollte mich da heute an die Arbeit machen und dann habe ich gedacht, ja, ich frage jetzt zuerst mal, wer alles hier auf diesem YouTube-Channel daran interessiert ist oder soll ich einen neuen Kanal aufmachen oder ein neues Insta-Profil, wo ich das eher poste. Soll ich das auf Schweizerdeutsch machen, also einfach für unsere Community, wo Schweizerdeutsch versteht oder auch gleich auf Hochdeutsch für alle Kolleginnen und Kollegen, die eben nicht so gut Schweizerdeutsch verstehen. Aber keine Angst, der Podcast geht natürlich weiter. Jede Woche gibt es ein neues Video mit einem Gast. Ja, was für Content könnte ich euch anbieten? Schreibt euch das mal unten in die Kommentare. Was interessiert euch? Sind es eher Themen zum Business oder zum Flow? Wie kriege ich meinen Flow oder finde ich meine Werte? Was auch immer, haut es mal rein in die Kommentare. Ich habe mir mal überlegt, man könnte mal was über YouTube machen, wie das so funktioniert oder eben die Tools, die ich für mein Unternehmen nutze. Ich habe es ja gesagt im letzten Review, ich habe etwa 200-300 Tools getestet. Also meine alte Assistentin, die hat mich immer eine Mängelrüh geheißen, glaube ich auch auf Hochdeutsch, hatte ich da erhalten, weil ich so viele Ausgaben hatte für all meine Tools. Ja, wie mache ich einen Podcast, könnten wir machen und so weiter und so fort. Ja, bevor ich da jetzt also die ganze Liste notiere und dann ein paar Videos produziere, schreib da mal rein, was interessiert dich besonders, welche Themen, wen es Tools sind, welche Tools. Soll ich das auf Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch machen? Und schreib doch auch mal, wer du so bist und was du so im Leben machst, was deine Ziele sind und ja, warum du hier bist. Ich freue mich auf dein Feedback und sage bis bald. Tschüss! PS, da ja so viele aus Deutschland sind, ich frage mal Marco, ob wir vielleicht ein Interview noch auf Hochdeutsch irgendwann mal aufzeichnen können. Was denkst du dazu? Was denkst du dazu? Okay, ich freu mich nicht,